Es hat sich auch bestätigt. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Aber mit den ganzen Umständen, auch unsere Nationalspieler, noch Länderspiel gehabt am 25. Dann mit der Reise, mitten in der Nacht, keine Erholung. Und von daher war das natürlich heute super, dass wir das gewinnen konnten. Wir wissen aber auch, dass wir im Rückspiel noch schwierige 90 Minuten vor uns haben. Und deshalb gilt die Konzentration auf das Rückspiel. Wir sind sehr glücklich für den Wunsch heute. Wir wussten vor dem Spiel, es wird ein schwieriges Spiel sein. Und es war ein schwieriges Spiel. Wir sind sehr glücklich, dass wir ein schweres Spiel haben. Wir sind sehr glücklich für den Wunsch. Aber wir wissen, dass es ein Spiel zurückgelegt wird, in Kairo. Es wird schwer sein. Und das ist weshalb wir uns voll konzentrieren, bis jetzt die Spiel in Kairo. Wir werden es in Arabisch, bitte. Wir sind sehr glücklich, dass es sehr glücklich ist. Wir wissen, dass es sehr glücklich ist. Wir sind sehr glücklich, dass es sehr glücklich ist. Es ist auch glücklich, dass wir uns in der nächsten Woche gehen. Wir haben uns nicht mehr glückliches, aber wir haben uns noch glückliches. Es wird ein glückliches Gefühl, dass es ein glückliches Spiel ist. Wir müssen uns mit der Zeit auf die Zeit zu arbeiten. Wir müssen uns mit der Zeit auf die 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 Zeit. Herr Schöpfer, Sie stellen sich an uns auf die Hände. Ich bin Shabelle Daniel von TANETV, Coach Marcel Kohler, du hast einen weggekehrt, einen weggekehrt, wie sicher bist du für den 2. Leg-Match in Ägypten-Kairo? Wir freuen uns jetzt zum ersten Mal über den Sieg und dann werde ich mir in den nächsten Tagen Gedanken machen, wie wir das Heimspiel dann angehen werden. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch ein anderes Spiel geben wird. Dementsprechend ist für uns wichtig, dass wir die Konzentration hochhalten und nicht denken, dass das Spiel schon gelaufen ist. Wir müssen heute den gewinnen, den wir heute gewonnen haben, aber ich werde ein paar Tage nehmen, um ein paar Tage zu machen, um das Spiel in Ägypten zu machen. Es wird ein ganz anderes Spiel sein. Ich muss mich überlegen, wie wir das Spiel spielen können. Es wird ein sehr schweres Spiel sein und wir haben nicht gewonnen. Wir wissen, dass wir das und wir müssen uns voll konzentrieren, von dem Moment, bis zum Spiel in Kairo. Ein weiteres Frage? Ein Mikrofon? Danke. Herzlichen Glückwunsch für den Win. Mein Name ist Ezer. Ich kann es in Arabisch erstellen und dann kann ich eine Frage stellen. Und er hat sich eine Frage stellen. Das Problem sagt, wir haben uns heute übergelegen. Wir werden mit dem Kurschen machen. Wir werden mit dem Kurschen machen. Wir werden mit dem Kurschen machen. Wir brauchen mehr Kurschen. Wir werden mit dem Kurschen machen. Wir haben eine gute Kurschen gemacht. Aber wir haben eine gute Frage. Wir sind mit dem Kurschen. Danke. Ich bin Maindar von EFATA Television. Ich möchte Sie zwei Fragen stellen, ob es möglich ist. Die erste Frage ist, dass wir Karl Harba als Submitate kommen haben. Sie haben viele Angelegenheiten. Emma Maschur war nicht da. Aber auch wichtige Spieler, wie Mohamed El-Shanou. Er war nicht da. Aber Sie haben immer noch Al-Shahati auf dem Platz gehalten. Was war der Plan? Wir haben dann Karl Harba reingelassen. Wir haben viele Spieler vermisst dieses Spiel. Wichtig geschlüsselte Spieler. Wie war Ihr Plan? Oder Ihr Ziel? Ja, es ist so, dass wir den ein oder anderen verletzten Spieler haben. Aber das ist natürlich immer so. Über das ganze Jahr verteilt sich das. Und dementsprechend muss man auch gewappnet sein. Also müssen die Spieler, die vielleicht nicht immer spielen, die müssen auch bereit sein und brauchen auch Spieleinsätze. Und ich glaube, dass wir das gut aufteilen, dass wir das gut händeln. Und dementsprechend sind wir froh, dass dann, wenn der eine verletzt ist, der andere kommt und auch ein gutes Spiel machen kann. Es ist sehr wichtig für uns, dass alle Spieler vorbereiteten und fit für das Spiel. Wir wissen, dass die Injury sind ein Teil der Fußball. Und durch das Jahr, wir haben Injury. Und das ist so, ich denke, dass wir sehr gut sind. Wir haben alle Spieler fit für alle Spiel. Und jeder Spieler bekommt einige Minuten. Er spielt gut wie gut als die Spieler, die er begonnen hat. Und wir versuchen, dass alle Spieler vorbereiteten für jeden Spiel. Dr. Walter-Kerr in der Frage an den Bewerbungen im Noten zu haben. Wie geht es um allen mit dem Bewerbungen aus? Er hat eine Fische nicht-All- PM für die Engagement, wie er im Noten wird, er hat eine Fische immer gesetzen. Er hat, was er war Gott mit dem Bewerbungen in der Lage, und es hat es sich um andere zu beschäftigen, Er fene Wörtern gesagt, dass er eine Fische nicht mehr im Nachmittag, hat er eine Fische nicht equivalente sind und unsere Fische Häusern. Und wir müssen alles zusammen mit ihr machen. Wir versuchen immer alles zu Libieren, Ich bin Naziritu Peter von Tanzania Broadcasting Corporation. Ich habe mich überraschend mit einer Substitution von Marouane Atiyah und Mohamed Elfscher und wir wissen, dass Mohamed Elfscher ein Attacker der Substitution war. Danke. Es war so, dass wir natürlich dann die Positionen getauscht haben, dass wir dann mit zwei Sechsen gespielt haben und Elfscher auf zehn. Elfscher hat das dann bei einer Aktion auch vorragend gemacht, dass er konsequent defensiv zurückgelaufen ist und dann diesen Ball noch gerettet hat für einen Eckball und das war eine vorragende Aktion von ihm. Nein, wir verändern unsere Strategie ein bisschen. Wir spielen mit Double Six und mit Elfscher auf zehn, mit den Defensiven Goals. Und ich denke, Elfscher hat das gut gemacht in zwei Sekunden. Es gab eine Sekunde, als er zurückging und hat einen sehr guten Job der Defensiven und eine große Herausforderung von Simba. Also, wir wollen unsere Strategie verändern. Mit dem vor allem, wir würden unsere Strategie verändern, wir waren sehr gerne, dass wir hatten jetzt auch ein Gerät, das wurde über diegärdliche Lafscher angenehmung, auf der Anlass zu spielen, die Colonel ihre Abitur betrachten, das haben wir beurteilen, und wir haben dann einfach ein Gerät, auf dominanten Aufmerksamkeit. Die Er victories gibt, sie haben viel mit dem Abitur. Musik, die in der Abitur betrachten sie die Aufmerksamkeit. Wir haben sie im Gegenteil auf die Abitur betrachten. Wir übernommen, wir haben hier mit der Abitur auf die Abitur betrachten, wir sind die Abitur betrachten, auf die Abitur betrachten, wir haben es für ein Gerät, Ich habe ihn zurückgebe. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn sehr wichtig für die Erwartung. Ich habe ihn sehr schade. Das ist ein weiteres Thema. Das ist ein weiteres Thema. Ein weiteres Frage? Ein weiteres Frage? Ein weiteres Frage. Nach dem, eine weitere Frage. Dann geht es. Ich frage eine Frage. Herr, in der Gefahr heute, in zwei Linien sind viele Fehler. In der Defensiv-Line machen viele Fehler, aber in der Attacking-Line gibt es keine Chance. Was ist das Problem heute? Die Fehler in unserer Defensiv haben keine Fehler gemacht und die Offensiv hat keine Chance zu verlieren. Aber wir haben eine Einsam geboren. Aber wir haben 1-0 gewonnen. Die Frage der Defensiv-Line gibt es viele Anfragen. Und die Anfragen hat keine Chance. Aber wir haben eine 1-0 gewonnen. Die Frage nachher. Die Frage nachher. Die Frage nachher. Ich würde gerne hören, die Anfragen sagen, über viele Fans, die von Ägypten bis zur Tanzanien. Wie sagen Sie heute über ihre Unterstützung gegen vollpackt Benjamin Sadia? Was sagen Sie dann zu den Allifans, die überall mit dabei sind? Sie kamen hier auch mit dem Sanier. Sie haben dann sogar vor der Vollstattung von Symbach dabei. Was sagen Sie dazu? Die beiden Fans? Ja, wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn wir überall, wo wir spielen, dass da alle Fans mit dabei sind. Ich glaube, wir waren heute ein bisschen in der Unterzahl. Aber trotzdem freuen wir uns und ich möchte mich bedanken, dass Sie zum Spiel gekommen sind. Wir freuen uns natürlich auch für die moralische Unterstützung und hoffen, dass wir dann im Rückspiel auch ein volles Stadion hinkriegen. Und unsere Fans und dann auch so unterstützen wie hier die Fans von Symbach. Ich bin sehr dankbar für unsere Fans, die uns unterstützt, in jedem Land, in jedem Land, wo wir gehen. Heute waren sie nicht gleich wie die Fans von Symbach. Sie waren ein bisschen mehr als die Fans von uns, aber ich bin sehr dankbar für sie, für ihre Unterstützung in jedem Ort. Und ich hoffe, dass wir in Kyro bekommen haben, dass wir ein volles Stadion hinkriegen und die wir in Kyro bekommen haben. Wir haben die Aussage für die Fans von Symbach, die immer in jedem Land in jedem Land, die immer in jedem Land waren. Die Leute sagen, dass wir nicht nur die Fans von Symbach haben, die immer in jedem Land waren. Die Fans waren ein bisschen mehr als die Fans von Symbach. Aber sie waren uns unterstützt, und sie haben immer mit uns unterstützt. Vielen Dank für's Zuschauen.